Dirk Mayer ist ein deutscher Synchronsprecher. Berufliche Laufbahn Der Sohn der Tonkaterin Jana Berthold und des Kaufmanns Horst Mayer wuchs mit einer leiblichen Schwester und zweieinhalb Geschwistern in der Nähe von München auf. Durch die beruflichen Verbindungen seiner Mutter bot sich Mayer im Alter von elf Jahren die Möglichkeit, in einem Synchronstudio vorzusprechen. Es folgte ein durchgehendes Engagement für die Fernsehserie Alf in der Mayer Benji Grigori in der Rolle des Brian Tanner synchronisierte. 1990 erhielt er mit seiner Besetzung auf Jonathan Brandis als Bastian Bolter-Sabux in Die unendliche Geschichte 2 seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm. In den frühen 1990er Jahren übernahm er in der Auftaktstaffel der US-amerikanischen Sitcom eine schrecklich nette Familie die Synchronisation von David Faustino als Bad Bandi und ab der dritten Staffel von Beverly Hills. 90.210 die deutsche Stimme von Brian Osten Green als David Silver. Nach seinem Realschulabschluss im Jahr 1993 an der Realschule in Vaterstetten absolvierte Mayer eine private Schauspiel-Sprach- und Phonetik-Ausbildung bei Gisela Höter und Erika Zeiss. Während des Zeitraums von 2000 bis 2004 war Mayer Geschäftsführer eines Tonstudios, bevor er im gleichen Jahr seinen eigenen Musikverlag gründete. 2007 schloss er ein Fernstudium zum Musikbetriebswirt am Londoner International College of Pop-Musik and Music-Business ab. Neben seiner Hauptrolle als Philipp J. Frei in der Zeichentrick-Serie Futorama, Butters in South Park, Jake Ryan in Hannah Montana sowie Synchronrollen in Anime und Realserien wie Low and Order oder Criminal Intent Verbrechen im Visier ist Dirk. Mayer als Sprecher in zahlreichen Werbespots, Hör- und Computerspielproduktionen wie Indiana Jones und Hardy Boys tätig. Er las unter anderem das Geheimnis der gelben Narzissen von Edgar Wallace und war an der Hörspielfassung von Julius Wernes Roman Die Propellerinsel beteiligt. Dirk Mayer ist ledig und lebt in München. Seine Halbschwester ist die Synchronsprecherin Katharina Iakobescu. Er spricht auch für Lukas Bryant in der Rolle Nathan Wuornos aus Hafen. Videospiele 2002 Deines Theorias 3 als Liuba, Senghae und Gunning 2012 Borderlands 2 als Mordke Ungef best der Stille νη Ende 2 3 5 6 7 7 11 10